Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir Ihre Aufmerksamkeit für eine der bestimmenden musikalischen Ereignisse von historischem Ausmaß in der nahen Zukunft zu gewinnen. Am 26. Januar veranstalten die fettreduzierte Sahne und im Heimischen Underground ein Konzert auf dem Schiff A38 mit dem Titel Unendliche Trauer oder Neues Jahr, Neues Haar. Ich frage mich, wer könnte die folgende Band widerstehen? Bekanntes Kind, Mai-Bärische Sanskloten und Trottier-Karibischer Tanzen? Ja, offensichtlich niemand. Also dann mal los, schlagen Sie Ihre Kalender beim 26. Januar auf und markieren Sie es mit dem adbewährten großen Roten X. Und vergessen Sie es nicht, unbekanntes Kind, Mai-Bärische Sanskloten und Trottier-Karibischer Tanzen. 26. Januar 2017, A38, A38 und ähnliche Trauer oder Neues Jahr, Neues Haar. Noe ist Jahr, Neues Haar.